herzlich willkommen zurück ihr seht der stapel ist ein bisschen kleiner geworden wenn ihr wissen wollt wie weit er noch nach unten geht guckt das letzte video an da habe ich den mal in gänze aufgenommen und wir machen hier auch einfach gleich weiter ich zeige euch was ich hier noch so bekommen habe und damit ich das auch endlich mit nach hause nehmen kann und anfangen kann zu lesen so und hier geht es weiter mit nana und kaoru band nummer zwei in der max edition vom panini manga ja panini verlag ein manga 12 euro kostet das ganze ja hier steht es genau 12 euro ein erotik comedy manga würde ich sagen und da habe ich keine nacktheit kein problem aber kann ich euch schon mal zeigen und zwar ich habe den ersten band jetzt schon gewesen eine kinderfreundschaft die sich aus den augen verloren hat und wächst irgendwie jetzt zu einer neuen freundschaft bzw beziehung vielleicht könnte es werden mal gucken heran zwischen dem kleinen schüchternen nicht so attraktiven kaoru und der sehr beliebten nana wie das so oft ist ne junge steht auf hübsches beliebtes mädchen und im großen und ganzen geht es darum sie ist halt sehr gestresst mit ihren ganzen aufgaben lernen schüler komitee et cetera und deren kaoru hilft ihr ein paar atempausen einzulegen dass sie sich wieder besser konzentrieren kann et cetera wie ich band 1 fande zeige ich euch in einem anderen video ich wollte es auf jeden fall gern weiterlesen finde die cover recht hübsch gestaltet ist jetzt nicht jedermanns sache aber auch die farben gefallen mir das erste war ja in einem kräftigen rot hier ist es ein schönes pastelliges lila ein paar bilder habe ich euch schon gezeigt wir machen weiter so dann geht endlich weiter monstrous ich habe band 6 noch nicht mal gelesen was ich jetzt aber gar nicht so schlimm finde dann kann ich nämlich die sechs und die sieben an einem stück lesen weil es der reihe auf jeden fall nicht so gut tut lange pausen zwischendrin zu haben natürlich im kurskalt verlag erschienen 16 euro kostet der band und ich fand man 1 bis 5 wirklich schon unglaublich gut haben mir sehr viel spaß gemacht ich freue mich sehr das dann weiterzulesen wenn ich ein paar minuten finde die zeichnung gefallen mir auch wieder sehr gut ich denke das wird nicht abreißen kann ich nur empfehlen dieses monster skirt auch mit zu meinen top 10 lieblings rein so die hier können wir doch am stück machen und zwar haben wir hier einmal sandman band nummer zwei das puppenhaus im panini verlag erschienen 24 99 sandman band nummer drei traumland auch von panini natürlich 14 99 und zwar genau panini hat mir das gute stück band nummer drei nämlich als rezensionsexemplar zugeschickt deswegen habe ich mir die zwei natürlich jetzt noch schnell zugelegt damit ich die auch am stück weiterlesen kann und dazu habe ich mir noch den neuen band sandman alt traumland schicken lassen auch von panini 19 euro und habe mir schon sagen lassen den kann man separat voneinander lesen so ein bisschen durch die serie band nummer eins und dann die zwei bände noch kenne ich ja schon das sendman universum ein bisschen und deswegen denke ich kann ich den hier auch mal dazwischen schieben was ein bisschen ärgerlich ist einerseits dass der buchrücken wieder nicht zentriert gedruckt wurde aber auch gesetzt hier steht eine 1 drauf und ich habe schon die rückmeldung von panini bekommen dass es wahrscheinlich nicht weitergehen wird und ein einzelband bleibt so was kein einzelband bleibt ist der rusterfalter band vier ist endlich da da hänge ich auch etwas hinterher aber kann ich auch wieder schön am stück lesen die wände lesen sich auf jeden fall auch gut weg ich freue mich hier auf jeden fall darauf weiterzulesen der band hat auch wieder exklusive postkarten in der erstauflage wieder sehr cool geworden und roosterfighter ist einfach eine total abgedrehte reihe die spaß macht sich nicht ernst nimmt bekannte andere manga titel naja ich würde nicht sagen persifliert sondern er auch zum homage situation hat jedenfalls im altraverse verlag erschienen großformat 10 euro schaut euch das gerne mal an so weiter geht's auch mit invincible dass der vorletzte band mal gucken ob ich den jetzt hier schnell auf kriegt um euch noch was von innen zeigen zu können aber ich denke ihr habt da bestimmt alle schon mal reingeschaut und wer jetzt bis zum elften band noch nicht reingeschaut hat weiß ich nicht ob der dann überhaupt interesse dafür hat ich habe bis jetzt band 1 nur gelesen denn jetzt ist er ja bald mit band 12 abgeschlossen und dann werde ich das ganze am stück lesen alle weiteren 11 bände was aber glaube ich kein problem ist denn der erste band trotz seiner über 300 seiten ließ sich so flüssig las sich so flüssig weg und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf vielleicht ist es eine aufgabe für den sommerurlaub ich habe bock drauf und ja habe auch immer weiterhin so gutes gehört von das reißt einfach nicht ab es bleibt stark ach ja natürlich cross kalt verlag weiterhin 30 euro finde ich auch saustark trotz der gehobenen papierpreise etc alles haben sie jetzt bei band 12 11 und auch wird bei band 12 dem abschlussband zu bleiben die 30 euro gehalten und haben die bände nicht teurer gemacht so jetzt hier noch was raus und zwar aus dem splitter verlag im buchsformat 25 euro geht die reihe crossover weiter da freue ich mich auch sehr drauf da habe ich euch den ersten band ja auch schon vorgestellt das video verlinke ich euch hier einfach mal könnt ihr euch angucken und hat mir sehr viel spaß gemacht band nummer eins deswegen war es gar keine frage ich wollte band nummer zwei weiterlesen und der wird auch nicht so lange auf diesem stapel liegen bleiben so und dann haben wir hier eine einen neuen reihen start im alter was verlag 12 euro für diesen großformatigen manga und die reihe heißt einfach nur kätzer tödliches wissen über die bewegung der erde und das ist halt mal nicht so fantasy sachen wie man ja auch denkt das manga da verortet sind sondern ist glaube ich wirklich wenn ich es noch nicht richtig gemerkt habe schon so ein bisschen auf ja realitätsbezogen gebaut beziehungsweise auch so ein bisschen die finland saga das ist ja jetzt auch nicht so mit total overpowered charakteren wenn ich mir das richtig habe sagen lassen es ist ja so relativ bodenständiges wikinger szenario und hier haben wir halt so ist im 15 jahrhundert ja freue ich mich mal reinzuschauen hab dich ist das ganze auch ganz schön hier hinten ich habe es mir vorne noch gar nicht gezeigt so sieht es vorne aus hinten hier der text ist ganz leicht erhaben so ein bisschen reliefartig haben sich auch was einfallen lassen vorne die figur ist mit spottlack überzogen auch der stil ist nicht so sehr manga ist das finde ich sehr gut das passt dann halt auch besser zum szenario bin ich mal sehr gespannt und das ziehen wir jetzt noch raus und ich denke dann haben wir es ja auch erstmals für dieses video wieder und zwar ein älterer band schon band nummer eins von drei gesamtausgaben das nest aus dem kalzen verlag für 36 euro möchte ich endlich mal nachholen habe da auch nur so viel gutes gehört und loiselle ich weiß gar nicht ob ich schon was von loiselle gehört habe aber ich habe schon gelesen habe aber ich habe von loiselle immer nur auf jeden fall gutes gehört und habe schon ganz viele ungelesene sachen von ihm zu hause das weiß ich der schweinehund von karlsen der große tote von egmont die habe ich auf jeden fall zu hause liegen ich weiß gerade gar nicht ob ich schon was gelesen habe aber das nest gehört auch von leuten von denen ich eine sehr gute meinung habe aber wo ich weiß dass wenn sie mir einen tipp geben oder sagen wie sie ein comic finden dass ich darauf was geben kann und ja die fanden das bis jetzt auf jeden fall gut bis sehr gut und deswegen freue ich mich da auch drauf ich denke aber da werde ich auch alle drei ausgaben mir noch holen um das ganze am stück zu lesen so jetzt haben wir hier den stuhl schon relativ voll gemacht ich denke den baue ich das nächste video dann mal noch wieder leer dass ich hier den rest da noch ein bisschen mit aufstabeln kann ich danke euch auf jeden fall schon mal dass ihr hier dran geblieben seid um zu schauen was hier alles noch auf dem riesen stapel liegt und wartet und schon dabei war also dann schaltet beim nächsten mal wieder ein guckt auf unseren discord mal vorbei das haben wir jetzt auch schon üppig angewachsen tolle gespräche freut mich immer sehr und social media natürlich schaut da rein supportet uns ich danke euch bis bald ciao